Und ich gucke auf mein Handy und sehe, Robert-Koch-Institut empfiehlt Schule schließen. Ich denke, was? Also melde ich mich und sage, Herr Professor Drosten, ich lese hier, stimmt das? Sagt er, ja. Aber gestern habt ihr das Gegenteil empfohlen. Ja. Ist Ihnen aber auch klar, dass wir die Bevölkerung nicht wahnsinnig spielen können? Können wir nicht gestern sagen, wir lassen die Schulen auf und heute machen wir sie zu? Antwort, Originalton, die Story ist mehrfach erzählt worden, deshalb kann ich das hier auch sagen. Herr Ministerpräsident, wir sind Wissenschaftler. Wir können nur das sagen, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, was die Politik damit macht. Das müssen Sie entscheiden. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken.